Musik Böhler Stahl, ihr Edelstahlpartner in der Schweiz mit internationalem Background. Mit seinem weltweiten Vertriebsnetz versteht sich Böhler Stahl zusammen mit seinen Werken in Österreich, Deutschland und Schweden als Global Player. Und mit seiner breiten Angebotspalette und der langjährigen Präsenz in der Schweiz als Leading-Unternehmen im Schweizer Edelstahl-Business. In unserem modernen Hochregallager in Wallisellen sind über 2000 Tonnen Edelstahl in Form von Stäben und Blechen zum Kommissionieren eingelagert. Sägen, Schleifen, Freisen. Eine gerne und vielgefragte Dienstleistung, welche wir für unsere Kunden erbringen, damit diese sich auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können. Daneben liefern wir Edelstahl in die gesamte Schweiz sowie das Fürstentum Lichtenstein. Schnell, zuverlässig und professionell. Unsere informative und übersichtliche Lagerliste gibt Ihnen einen kompletten Einblick in unser Edelstahlangebot. Bestellen Sie unter www.edelstahl-schweiz.ch Für Edelstahl Böhler Stahl